Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Leute. Lang kamen keine Videos. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe in den letzten Tagen nur Shorts hochgeladen. Weil ich nicht wusste was ich sonst machen soll. Ich hatte auch keine Zeit Videos machen, weil es sind eigentlich Ferien. Man soll ja die Zeit genießen in den Ferien. So halt, wie soll ich das sagen. Digga, also ich finde gerade wieder den Button hier. So, ich glaube hier war ich ja letztes Mal, hier bin ich gestorben. Dann gehe ich hier lang. Okay, Level 11. Perfekt. Ja Leute, in den letzten Tagen kamen nur Shorts Videos. Das war sehr schwer zu machen. Ich habe sogar von meinem PC auf mein Handy erstmal alle übertragen. dann nach Tagen hochgeladen und so. Das war echt schwer. Aber die haben sehr viele Aufrufe auch bekommen. Dafür bekommen meine echten Videos nett. Aufrufe. Und dieses Level soll mich eigentlich doch komplett verarschen, Digga. Was soll das? Bam, 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 bam. Alter, ich weiß halt nicht, Digga, was. Oh mein Gott. Das ist bestimmt einer, das ist bestimmt dieser Button da oben, man. Aber, hey, wie soll ich denn da, hm. Was hat vielleicht damit irgendetwas zu tun? Bam, vielleicht so und so. Vielleicht kann ich hier, mich hier hochbauen, ne. So und so und so und so und so. Geht leider nicht. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, halt. Mann, Digga. Wie lange muss ich denn hier jetzt die Zeit verbringen, um das zu lösen, Alter? Die wollen mich, Digga, die wollen mich doch verarschen. Digga. Geht der was, nicht? Digga. Du willst mich doch, nicht. Oh mein Gott. Oh, ich darf nicht ausrasten. Ich soll so, wie ich früher war, bleiben, Mann. Das ist mir nur passiert. Egal. Oh. Oh. Kann ich das vielleicht abbauen? Kann ich das überhaupt? Okay. Ich habe eine Idee. Bam. Was ist der? Nö. Der, 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 der. Dann ist es 100%. Nein, das ist ja nicht. Keine Ahnung. Alter, das kann ich. Boah. Das kann jetzt nicht das. Das kann jetzt doch nicht das ernst sein, Alter. Oh mein Gott. Ich gehe mal ein bisschen hier so rum. Ich gehe mal ein bisschen. Daniel. Ich gehe mal ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen dasselungen, Alter. Ich gehe mal zu einer Anerkennung. Ich gehe mal an. Ich gehe mal Alexandra. Ich gehe mal an, Alter. Nach einer langen Reise habe ich es am Ende doch geschafft. Alter, oh mein Gott. Echt, jetzt wirklich. Das ist krass schwer. Da muss man wirklich... Nicht noch hier diese Reihe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Alter. Oh mein Gott, was... Das hat so lange gedauert. Für ein Video, man. So lange. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss irgendwas da rausschneiden. Ich weiß nicht, dass... Das... Das war echt lange. So, der nächste Knopf. Oben ist er nicht. Ich habe vielleicht eine Idee, dass er vielleicht unter dem Feuer sein könnte. Und das kann ja auch nicht sein. Oder... Oh, ich weiß vielleicht sogar was. Das könnte was sein. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, Leute. Also, ich habe jetzt zwei Vermutungen. Entweder es kann da oben sein. Oder... Ich soll ins Portal gehen. Ich glaube, ich ziehe lieber ihr Rüstungen so... So. Ich weiß nicht. Hoch. Ob ich jetzt kämpfen muss. Deswegen waren da ja auch Schwerter diese. Und let's go. Let's go. Let's go. Ich guck mal. Digga, lade doch. Tricks. Cooles Ding. Ja. Als ob es... Als ob es ganz normal ist. Da oben ist irgendwas. So, doch nicht. Achso, doch. Es soll, glaube ich, so sein. Ich weiß nicht. So. Ich schau, wenn hier irgendwo so eine Festung ist. Da hinten führen die mich. Hm. Da. Debutton ist lokate in dies Part. Entweder ist es da unten. Oh, oh. Da ist es. Bam. Hi. Digga, wollte ich mich verarschen? Soll ich jetzt zurückgehen oder was? Oh Mann. Ihr Scheiße. Okay. Komm. Ich geh zurück. Bam. 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 Ja. Meine Nachbarn gucken gerade irgendeinen Film, aber... Wollt ihr mich verarschen? Sag mal, geht's noch? Hä? Sag mal, geht's noch? Oh, da ist sogar die Festung. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss. 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 Vielen Dank.